Oh, Franz, bitte spiel uns was, ja? Oh, ja, ja. Ah, da sind Sie ja. Ich danke Ihnen, dass ich kommen durfte. Also, schauen Sie sich meine Gäste an. Aber tun Sie wenigstens so, als wären Sie eine Alte. Gewiss. Franz, darf ich Sie einen Konrad vorstellen? Franz Grote muss ich nicht vorstellen. Ich freue mich, Sie persönlich kennen Sie, Lena Grote. Darf ich euch einer an Konrad vorstellen? Einen Jugendfreund. Tja. Konrad? Konrad? Oh, Sie zaubern. Alters von mir, von mir. Darf ich? Ja. Entschuldigen Sie. Vielen Dank. Mein lieber Ander, die Schaustellen. Kennen Sie den? Drei Karten. Kaukönig in der Mitte aus einem anderen Spiel. Ziehen Sie den Kaukönig mal bitte raus. Und umdrehen. Oh, sehr gut. Darf ich mal um die Karten bitten? Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie. Darf ich? Ja. Drei Karten? Ja. Kaukönig in der Mitte aus einem anderen Spiel. Genau. Bitte. Oh, sehr gut. Meine Damen und Herren, kennen Sie irgendjemand, der ungefähr so aussieht? Nein. Kenn ich nicht. Sie auch nicht? Nein. Vielleicht trägt er jetzt seine Perücke. Und hat in Wirklichkeit eine Glatze. Nein, auch dann sagt mir das Gesicht nichts. Schade. Das ist der Mann, der vermutlich deinen Safe ausgeraucht hat. Angefertigt nach Zeugenberichten. Ja, na schön, dann ist es eben. Komm, jetzt essen wir was. Was magst du? Kleinigkeit. Ist es möglich, dass dieser Mann sich Ihren Schlüssel und Ihr Kennwort verschafft hat? Können Sie vielleicht kurz mal darüber nachdenken, wer so in den letzten Wochen hier im Hause war? Ich meine, Handwerker, Freunde Ihres Personals. Na ja, was ist da so in Frage gekommen? Oh, wissen Sie, das nervt mich allmählich. Ihre Mühe und meinen Schmuck ist ja ganz reizend, aber ich habe immer noch genug davon. Und ich bin gut versichert, wie Sie wissen. Also, machen Sie sich jetzt zu besorgen, Kommissar. Essen Sie etwas, was noch mal ist. Ich sage, es ist nicht ganz so alt, wie Sie glauben. Es gibt Leute, die sich totschlagen wegen solchen Schmucks oder spurlos verschwinden. Nein. Deswegen bin ich hier. Die Pflicht, ich weiß nicht. Ich kenne den Mann wirklich nicht. Ihre Sekretärin, die ist doch eigentlich recht hübsch. Der hat doch einen Freund. Sie irren, sie hat keinen Freund. Sie hat Freundinnen. So, und jetzt gehen wir nach oben, bitte. Ist der von der Polizei? Ist der von der Polizei?